Das mit dem Gendern ist so eine Sache und ich habe lange überlegt, ob ich dieses Video tatsächlich mache, aber ich habe mich entschlossen, mit dir dieses Thema einfach mal anzugehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das Gendern ist sowas, was mir ungemein schwerfällt, a. es zu akzeptieren und b. das Ganze auszusprechen. Wenn ich in den Nachrichten höre, die SoldatInnen, die LehrerInnen, dann ist das für mich nicht Sprache, dann ist das so eine stolpernde Sprache, eine komplizierte Sprache. Und jetzt habe ich einen wunderbaren Kommentar in einer größeren Tageszeitung mit den vier Buchstaben gefunden und egal, was du von der Zeitung hältst, mir geht es tatsächlich nur um den Kommentar und was du davon hältst. Zur Vorgeschichte, der Bayerische Rundfunk hat eine Fernsehsendung gemacht und diese Fernsehsendung, da ging es ums Gendern. Da saßen Schulklassen drin und das Abstimmungsergebnis war, dass die Schulklassen gesagt haben, den Quatsch brauchen wir nicht. Ohne Kommentar, den Quatsch brauchen wir nicht. Auch so genau da drin. Und dann maßt sich der Bayerische Rundfunk an, zu sagen, tja, dann müssen wir so ein Forum wohl nochmal machen, damit das weiter reinkommt. Dieses Infiltrieren, dieses in dies Publikum, in die Bevölkerung Eindrücken von neuer Sprache, das finde ich so schlimm. Hey, Sprache entwickelt sich, Sprache ist da und es gibt nun mal Menschen, die sind Männer, es gibt Menschen, die sind Frauen und es gibt Menschen, die sind irgendwas dazwischen. Aber, und wir kommen auf diese Beispiele, es gibt einfach Wörter, die sind, wie sie sind. Und bitte, wenn wir jetzt in den Kommentar reingehen, dann geht es mir darum, dass ich das Gendern weder verteufle noch für gut finde, sondern es muss situativ passen. Dazu sage ich am Ende nochmal etwas. Aber es muss doch situativ passen und unsere Sprache nicht komplizierter machen. Den Kommentar, den ich habe, der ist von Sebastian Geißler, also nicht Sebastian Deißler, dem ehemaligen Fußballer, sondern Sebastian Geißler vom 29.07. Und die Genderumerziehung, Achtung, allein das Wort, muss aufhören. Das ist der Kommentar und ich gehe mal darauf ein, was mich da stört. Das Video kann etwas länger dauern. Ich freue mich, wenn du dabei bist und schreib gerne in die Kommentare, was du vom Gendern hältst. Wenn im öffentlichen, rechtlichen Radio zum dritten Mal gegendert wird, schalte ich um. Die sogenannte Gendersprache mit ihren grotesken und störenden Sprechpausen lehne ich ab. Am schlimmsten ist das Unterbrechende, von einer kurzen Pause eingeführte Innen, mitten im Satz. Erkennst du, ne? Soldat, Innen. Lehrer, Innen. Das macht es irgendwie komisch, oder? Okay, weiter geht's. Warum? Es nervt. Es ist eine Kunstsprache, die auf völlig falschen Annahmen beruht. Und ich will mich von ihnen, von ihren Verfechtern, nicht politisch indoktrinieren lassen. Lass ich so stehen. Das wollen offenbar auch die Schulklassen nicht, die am Ende eines Web-Talks des Bayerischen Rundfunks in einer Umfrage der Gendersprache die rote Karte zeigten. Die klare Mehrheit war dagegen. Zur negativen Überraschung der Macher, wenn ganz offensichtlich von vornherein feststand, dass das einzige richtige Meinung und Haltung zum Gendersprech ist, man hat gefälligst mitzumachen. Und das ist es. Wenn du nicht mitmachst, das ist so, dann bist du ein Böser. Dann bist du ein, ich weiß nicht, in welche Ecke man geschoben wird, aber das kann doch nicht wahr sein. Die BR-Moderatorin, Bayerischer Rundfunk-Moderatorin, Claudia Stamm, sagt es ganz offen, dass am Ende ihrer Talkrunden, je mehr der Schüler weiterhin gegen Gendersprech ist, ist für sie tatsächlich ein Aufruf, sozusagen wieder diese Veranstaltung zu machen. Wer nicht mitzieht, der muss also noch mehr indoktriniert werden. Laut Moderatorin Stamm müsse man die Diskussion führen, wie wir die Veränderungen weiterkriegen, also wie wir sie schneller voranbringen. Für sie ist es ein Missstand, wenn der von oben verordnete Sprech eben unten dann nicht ankommt. Überleg dir das mal. Das ist etwas, jetzt wird entschieden, wie wir sprechen sollen. Und nochmal, ich sage deutlich, ja, unsere Sprache entwickelt sich. Ja, es wird Dinge geben, die anders sind. Aber bitte doch nicht sowas. Was soll denn das, dass das aufoktroyiert wird? Das kann und darf nicht sein. So klar vor der TV-Kamera zuzugeben, dass das von den Gendern-Befürwortern wohl noch niemand, dass sie selbst sich zu Beginn der Diskussion als neutrale Diskussionsleiterin eingeführt hat, wirkte fast wie Realsatire. Woher nimmt die Bayerische Rundfunk den Auftrag, unsere Sprache zu verändern? Und was? Womöglich sogar schneller. Und das möglichst schneller. Gender-Anhänger behaupten sonst gern, es handelt sich um normalen Sprachwandel. Doch das BR-Veranstaltung macht klar, die Sprache soll verändert werden. Hey, wenn von unten was kommt, wenn von uns etwas kommt, dann kommt das einfach so rein. Aber doch bitte nicht. Das heißt, ihr müsst jetzt so reden. Und ihr müsst jetzt das machen. Übrigens bei Audi, da war genau das von wegen, ihr müsst so schreiben und ihr müsst so sprechen. Ja, was soll denn das? Ja, okay. Sprechen wir gleich drüber. Die für Stamm offenbar enttäuschende Abstimmung kommentierte sie wie folgt. Gendern finde ich ab jetzt klasse, hat leider gar niemand, Punkt, Punkt, Punkt. Also es hat niemand überzeugt, die Runde hier jetzt. Leider? Das unterliegt doch den Schülern selbst, was sie in dieser Diskussion für richtig halten. Hört auf die Wissenschaft gilt auch für Grammatik. Der Kommentar geht weiter. Stichwort überzeugen. Was ist mit hört auf die Wissenschaft? Das sollte nicht nur gelten, wenn es einem ideologisch gerade passt. Wie etwas beim Klima, in Klammern geschrieben. Wer gendern will, kann sich nicht auf die Grammatik berufen. Denn wahr ist, und jetzt Achtung, die generische Form, etwa die Autofahrer, umfasst alle denkbaren Geschlechtsidentitäten. Sie ist nämlich nicht geschlechtlich markiert. Wie man in der Sprachwissenschaft sagt, heißt, hier können sogar nicht Binäre am Steuer sitzen. Inklusiver, also Inklusion, geht es nicht. Ist das spannend? Die Autofahrer schließt alle Geschlechter ein. Damit ist das schon sowas von gegendert. Wie gesagt, am Ende sage ich nochmal was ganz Interessantes dazu, wo das Wort gendern eigentlich herkommt. Und naja gut, reden wir nachher drüber. Ein Gedanken, wie Frauen sind die besseren Autofahrer, könnte man ohne diese allgemeine Form sonst auch gar nicht formulieren. Der Satz, Frauen sind die besseren Autofahrerinnen, macht keinen Sinn. Logisch. Gender und Fug. Wozu uns ständig in Männer und Frauen aufteilen? Anders verhält es sich, wenn man in Doppelform spricht. Autofahrerinnen und Autofahrer. Zum Beispiel sind eine Gruppe von Männern, die Autofahren, und eine Gruppe von Frauen, die Auto fährt. In diesem Fall ist beides geschlechtsanzeigend. Erst durch das Anfängen der weiblichen Form wird die generisch männlich. Am schlimmsten sind Genderstern und Gendergap. Gap, die Pause. Autofahrerinnen. Autofahrer in. Gesprochen mit Pause, was soll das? Das ist kein normaler Sprachwandel, sondern ideologische Sprachveränderung. Ja, man darf Gendersprache anpreisen, aber wir sind zum Glück ein freies Land. Dazu gehört auch, dass Genderfans eine Kunstsprache entwickeln und preisen dürfen, die Geschlechter angeblich sichtbar macht. Selbstverständlich. Auch, wenn ich diese Sprache ablehne. Alles von Sebastian Geisler. Aber das ist längst nicht immer und überall zulässig. Unter Nutzung öffentlicher Geld und Gebühren, diesen Sprech zu propagieren, die Bürger und sogar Kinder damit zu indoktrinieren, das geht nicht. Genau das passiert aber gerade sehr häufig. In unseren Behörden, besonders in unseren Universitäten, teilt sogar in den Schulen, wo es manche Lehrer sich erlauben, Gendersprech zu verordnen, weil es ihnen politisch gefällt. Und auch im öffentlichen, rechtlichen Rundfunk. Die einzige Legitimation dafür ist die blanke Behauptung der Genderbefürwörter, dass sie so richtig sinnvoll nötig sei. Dass sie dafür kein Mandat und keine Mehrheit haben, dass unsere Grammatik anders funktioniert, ist ihnen völlig egal. Sie setzen auf die moralische Aufladung ihrer Ansicht. Wer widerspricht, verstößt gegen ihre Moral, die sie überlegen halten. Deshalb reagieren die Gender-Anhänger mitunter so aggressiv. Vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen. Wenn du nicht genderst, in meinen Seminaren habe ich immer mal wieder das Feedback nicht genug gegendert. Ich arbeite tatsächlich damit, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Zuhörenden, liebe Teilnehmenden. Also ich gehe wirklich in die Richtung, aber ich schaffe es nicht immer. Ja, am Ende sage ich noch was dazu. Gendern ist somit auch eine politische Markierung unserer Sprache, die Menschen spaltet in jene, die sich politischen Guten sehen und jene, die angeblich rückständig sind. Wer sich nicht fügen will, muss sogar damit rechnen, als rechts oder neuerdings neu rechts beschimpft zu werden. Diffamierung statt Argumente. Überleg dir das mal. Bloß, weil du das nicht mitmachst, bist du rechts. Wo sind wir denn hier? Unglaublich. Mehr noch, eine solche Politisierung unserer Alltagssprache schadet der Gesellschaft. Beim Bäcker möchte ich einfach nur Brötchen bestellen und Smalltalk halten und nicht mit innen, innen, innen oder dem Verzicht darauf kommunizieren. Ich will politisch womöglich einzuschätzen, bin. Ideologen lieben es gleich zu erkennen, wer für sie vermeintlich Freund und wer Feind ist. Und diese Spaltung der Gesellschaft in Freund und Feind, ey, das muss aufhören. Das kann doch nicht sein, wenn du so sprichst, bist du Freund und wenn du so sprichst, bist du Feind. Nee, geht nicht. Das muss ich ja deutlich sagen. Sag mir, wo du stehst, sang man in der DDR, zu welchen Umständen sind wir in unserer offenen Gesellschaft Gottlob weit entfernt. Gerade deshalb gilt, nö, sage ich nicht. Dass ich in meinen Sätzen nicht ständig innen mit Kunstpause sage, bedeutet nicht, dass ich Minderheiten und Frauen Rechte ablehne. Das ist eine unredliche und dreiste Unterstellung von Ideologen und durch nichts belegt. Schon gar nicht darf eine ideologische Überwältigung in unseren Schulen stattfinden. In der politischen Bildung gilt der Grundsatz, was kontrovers und umstritten ist, muss auch Schülern gegenüber so dargestellt werden. Beutelsbacher Konsens. Da gibt es dann kein richtig und falsch. Da gibt es unterschiedliche legitime Meinungen, die einen überzeugen können oder nicht. Deren Existenz aber zu akzeptieren ist. So ist das in der Demokratie und das ist gut so. So wie es hier steht. Kleine Moment, geht sofort los oder geht weiter und dann sind wir durch. Genderfans müssen damit klarkommen, dass man ihnen nicht folgt. Vor allem müssen die Befürworter ertragen, dass die Schüler, die breite Öffentlichkeit in Deutschland, die Innensprache ablehnen. Und zwar ohne ihnen deshalb niedere Motive zu unterstellen. Wenn du das nicht möchtest, dann lass es doch bitte auch sein. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir sind ein freies Land und wir können hier frei entscheiden, wie wir sprechen. Ich bin nicht feindlich gegen irgendwen, wenn ich ganz normal Deutsch spreche. Ich bin aber ein starker Gegner der Ideologie und Indoktrination von Menschen, die sich dagegen oft nicht wehren können. Niemand sollte sich dafür beschimpfen lassen müssen, dass er ohne ideologische Eingriffe seine Muttersprache spricht. Soweit der Kommentar von Sebastian Geisler vom 29.7.22. Und ich finde ihn so großartig, denn es sagt so viel. Wir rutschen immer wieder in dieses das ist richtig, das ist falsch. Du bist links, du bist rechts. Du, weiß ich nicht, du bist Freund, du bist Feind. Und jetzt überleg doch mal, wenn du gendern möchtest, ja dann mach es doch. Wenn du aber sagst, ich möchte weiter vom Autofahrer reden, ich möchte weiter von dem Lehrer und der Lehrerin sprechen, ja dann ist das doch in Ordnung. Hört doch auf, euch immer dahin festzulegen, dass das das einzig Richtige ist. Und übrigens, gerade eine sehr, sehr gute Trainerfreundin hat mir gesagt, Gendern hat sie in einem Sprachunterricht gebracht. Und dort saßen Menschen drin, die Persisch sprechen. Achtung, Gendern Persisch sprechen. Und die sagten, das Wort darf man nicht sagen, das ist ein böses Wort. Und sie sagte, wieso, das geht, nee, im Persischen ist Gendern Schlampe oder schlampig. Ja, Schlampe oder schlampig, deswegen, böses Wort, Schlampe, darf man nicht sagen. Und deswegen bitte, meine Bitte, nicht alles immer so, das ist richtig, das ist falsch. Ja, liebe Zürerende, liebe Zuschauernde, alles in Ordnung. Aber das ist auch in Ordnung, wie man sagt, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen. Und das ist einfach wichtig. Und was mir noch wichtiger ist, wenn ihr jemand habt, der so auf diese Gendern besteht oder die auf das Gendern besteht, müssen wir sauber sein, dann macht das bitte überall. Dann sind das Bankräuber und Bankräuberinnen. Dann sind das SteuerhinterzieherInnen. Dann musst du es auch durchziehen. Und achte mal drauf, wenn es darum geht, dass ein Geldtransporter überfallen wurde, dann waren das die Räuber, dann waren das nicht die RäuberInnen. Da passt es wieder nicht. Und deswegen, wenn, musst du es durchziehen. Und wenn du das machst, dann mach es bitte komplett. So, jetzt ist mir eins ganz wichtig. Es war diesmal eine ganz andere Folge und vielleicht noch zum Schluss nochmal ein kurzes Fazit von mir. Ich finde es wichtig, dass sich unsere Sprache immer weiterentwickelt. Ich finde es wichtig, dass wir uns mit unserer Sprache beschäftigen und dass wir darauf achten, möglichst alle Gruppen mitzunehmen. Was ich aber auch wichtig finde, ist, dass man akzeptiert, wenn es Menschen gibt, die sagen, ich möchte gern so sprechen, wie ich es gelernt habe. Ich möchte gern von Autofahrern und Autofahrerinnen sprechen. Das ist für mich völlig in Ordnung und das wird bei mir nie irgendwie was ergeben, dass ich sage, das darfst du nicht, das kannst du nicht. Das war heute eine ganz andere Folge, wesentlich länger. Und wenn du sagst, wow, das war für dich interessant, freue ich mich. Wenn du den Kanal abonnierst, du kriegst, du kriegst dir immer wieder Themen im Bereich Rhetorik, Kommunikation, wie wir besser miteinander reden. Aber diesen Kommentar fand ich einfach großartig und deswegen wollte ich ihn dir gerne anbieten. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag, hab eine gute Zeit und bis dann.